Hallo und herzlich willkommen auf der Wiese heute. Das ist nämlich passend zum Thema. Ich möchte nämlich über die Grenzen des Waldes noch ein paar Takte verlieren. Dann haben wir nämlich das Thema Wald schön umschifft, sozusagen umkreist und können uns dann auf das in der Mitte, nämlich den eigentlichen Wald, konzentrieren. Was ein Wald ist, Walddefinition hatten wir in Folge 1. Ein paar sentimentale Anmerkungen zum Wald und ein bisschen was Allgemeines hatten wir in Folge 2. Und in Folge 3 sprechen wir jetzt über die Grenzen des Waldes. Alles, was sich jenseits dieser Grenzen befindet, ist nicht mehr Wald. Braucht uns also im Folgenden nicht weiter zu interessieren. Alles, was sich innerhalb dieser Grenzen befindet, das sollte uns schon interessieren, auch wenn da möglicherweise gerade kein Wald steht, beziehungsweise da momentan gerade eventuell keine Bäume wachsen. Das bringt uns nämlich zum Begriff der sogenannten physiologischen Waldgrenze, also die körperliche Waldgrenze, die in den Eigenschaften der, ja, den waldbildenden Pflanzen, sprich Bäume, begründet ist. Das ist dahingehend zu unterscheiden von der tatsächlichen Waldgrenze. Die kann sich nämlich ganz massiv von der biologisch möglichen, beziehungsweise spätestens durch biologische Faktoren eintretenden Waldgrenze unterscheiden. Das beliebteste Beispiel ist tatsächlich der Wald der Alpen. Der würde in vielen Fällen sehr viel weiter hoch gehen und viel weiter oben am Berg anzutreffen sein, als er tatsächlich da ist, weil man eben in der Hochlage dann gerne die Almwirtschaft oder Alpwirtschaft betreibt, je nachdem aus welchem Land man kommt, heißt es so oder so. Und die Beweidung der Alpen oder Almen führt einfach dazu, dass da keine Bäume wachsen können, obwohl sie, weil sie weggefressen werden, ja, würde man die Beweidung einstellen, würde da relativ schnell auch wieder ein Wald wachsen. Deswegen haben wir es da zwar mit einer tatsächlichen Grenze des Waldes zu tun, hier hört der Wald auf, das ist genau wie die Wiese, auf der ich hier stehe. Hier ist auch eine tatsächliche Waldgrenze, weil der Wald nicht bis hier hoch auf die Wiese geht. Unten hinter mir ist er aber, da hinten in der Richtung, wenn der Hügel wieder ein bisschen nach unten geht, ist er auch wieder. Das liegt einfach nicht daran, dass der Hügel so furchtbar hoch wäre, sondern einfach, weil man hier eine Wiese haben wollte und alles wegmäht, was an jungen Bäumen hier hochwachsen würde, um sich hier den Wald wiederzuholen. Also, physiologische Waldgrenze bedeutet also die Grenze, die in der Körperlichkeit physiologisch, körperlich der Pflanze begründet ist. Das heißt, wenn die Pflanze wirklich aus biologischen Gründen nicht mehr mit der Umwelt klarkommt, mit den Wachstumsbedingungen, die die Umwelt vorgibt, zum Beispiel zu kalt, dann haben wir tatsächlich die physiologische Waldgrenze erreicht. So, und jetzt müssen wir noch unterscheiden zwischen einer Waldgrenze und einer Baumgrenze, denn die Grenzen des Waldes sind immer, fast immer, ganz seltene Ausnahmen gibt es da, ist es nicht so. Kein einfacher Strich in der Landschaft und der Wald hört auf. Das sehen wir ständig. Das ist die Standardwaldgrenze, die wir in Deutschland oder anderen Kulturlandschaften erleben können. Aber die ist ja nicht physiologisch, sondern gesägt, sozusagen. Gesägt, gehäckselt, gemäht. Und bei einer richtigen physiologischen Waldgrenze handelt es sich nicht um einen Strich mit dem Lineal gezogen, an dem man wunderbar eine gerade Kante ausrichten kann, sondern es ist ein Nachlassen der Baumhöhe, ein Nachlassen der Baumbitalität, ein immer lichter werdendes Waldes. Immer weniger Bäume pro Fläche stehen herum und irgendwann sind so wenig Bäume, dass wir nicht mehr von einem Wald sprechen können. Wir erinnern uns an Folge 1, die ökologische Walddefinition, dass ein Wald ein Innenklima haben muss. Stehen die Bäume irgendwann nur noch ganz vereinzelt, ist dieses Innenklima nicht mehr gegeben. Und dann handelt es sich bloß noch um eine Baumlandschaft, aber nicht mehr um einen Wald im engeren Sinne. Und dann haben wir zwar noch nicht die Baumgrenze erreicht. Einzelne Bäume können noch existieren, aber bereits die Waldgrenze. Der Unterschied ist der, dass wir uns eben sehr, sehr knapp vom physiologischen Wachstumsbereich eines Waldes entfernt haben und kleinräumig, zum Beispiel vor dem dritten Stein hinten links, da mag es nochmal eine Nische geben, eine Eckchen, wo guter Boden zu finden ist, der aus irgendwelchen Gründen wärmer ist, der aus irgendwelchen Gründen nährstoffreicher ist, der nasser ist, der trockener ist, je nachdem. Und auf diesem kleinen Inselchen, innerhalb der ansonsten für Baumwachstum nicht mehr geeigneten Landschaft, da kann es dann nochmal klappen, dass sich da ein Bäumchen ansiedelt, aber halt eben nur eins und der nächste Nachbar ist dann ein paar hundert Meter weiter weg, wenn es sein soll. Und in diesem Fall reden wir von der Baumgrenze. Wenn wir selbst einzelne letzte rumstehende Bäumchen nicht mehr finden können, dann ist wirklich grundsätzlich, sind wir weit davon entfernt, welche physiologischen Bedingungen Pflanzen zum Wachstum denn eben noch brauchen. So, wer jetzt diese Definition noch nicht so ganz kapiert hat, dem mache ich das jetzt anhand der diversen Waldgrenzen, die es für Deutschland potenziell geben könnte, hoffentlich ein bisschen klarer. Und zwar der Klassiker ist die Gebirgswaldgrenze. Die liegt nicht daran, dass die Luft irgendwann zu dünn wird, das wäre früher oder später auch mal irgendwann der Fall. Auch da gibt es wahrscheinlich den Faktor, dass bei nachlassenden Atmosphärendruck Baumwachstum irgendwann Schwierigkeiten hätte. Allerdings, weit früher wird es schon viel zu kalt für einen Baumwachstum, weshalb wir eine höhenluftdruckbedingte Waldgrenze nicht kennen. Die gibt es auf diesem Planeten schlicht und ergreifend nicht. Aber eben die kältebedingte Waldgrenze sehr, sehr wohl. So, Kälte. Jetzt weiß man ja, dass Bäume durchaus bis minus 40, 50, 60 Grad mal ertragen können, kurzfristig. Das Wesentliche ist nur, dass sie halt vereinzelt in manchen Jahren auch mal gute Wachstumsbedingungen brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, sich irgendwann mal zu reproduzieren. Fallen über viele Jahre in Folge mögliche reproduzierbare Bedingungen aus, falls halt immer durchgehend zu kalt ist, dann wird ein Baumbestand irgendwann aussterben. Und der wesentliche Faktor bei Kälte ist tatsächlich 5 Grad Bodentemperatur. 5 Grad Bodentemperatur muss überschritten werden, je nachdem, wie man fragt, auf 4 Grad Celsius, damit die Wurzeln überhaupt vernünftig Wasser aufnehmen können. Das liegt an den Proteinen in der Wurzel, die fürs Auf und Zu machen und für den Wassertransport in die Wurzel zuständig sind. Die nennen sich Aquaporine und die arbeiten eben erst ab 5 Grad Celsius. Drunter funktionieren die schlicht und ergreifend nicht. Und jetzt muss also einfach im Jahr eine durchgehend kontinuierliche Phase von einer Bodentemperatur über 5 Grad lang genug herrschen, dass die Zeit, in der diese 5 Grad zur Verfügung stehen oder mehr, die muss lang genug sein, damit eine Pflanze all das durchlaufen kann, was eine Pflanze im Laufe ihres jährlichen Lebenszyklus halt eben so macht. Sprich, ein bisschen wachsen, ein bisschen blühen, ein bisschen Samen produzieren. Das muss nicht jedes Jahr sein, aber alle paar Jahre sollte das so ablaufen. Ansonsten kann es auch 5 Jahre lang wachsen, 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 wachsen und dann mal, okay, jetzt bin ich ganz viel gewachsen, habe ganz viel Vorräte angelegt, jetzt blühe ich mal und mache mal 3 Samen. Aber zumindest, dass ein Überschuss produziert werden kann, um in einzelnen Jahren eine Reproduktion zu ermöglichen, das ist die Grundvoraussetzung und die Mindestvoraussetzung, an eben die Bodentemperatur und an den Wärmebedarf eines Waldes, wo überall das nicht gegeben ist, wo im Jahr also weniger als 8 Wochen mit mehr als 5 Grad Bodentemperatur zur Verfügung stehen. 8 Wochen ist so die magische Grenze. Je nach Region kann das auch mal ein bisschen weniger sein, bei ganz besonders widerstandsfähigen Bäumen. Es kann auch mal noch ein bisschen mehr nötig sein, bei nicht ganz so widerstandsfähigen Bäumen. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede, aber die magische Grenze ungefähr dieser 8 Wochen, und das kann man sich auch ganz gut merken. Also weniger als 8 Wochen im Jahr mit über 5 Grad Bodentemperatur und wir haben eine natürliche Waldgrenze erreicht. Tatsächlich ist das was, wo sich die Fachwelt auch streitet, wie lang denn jetzt nun die Vegetationsperiode mindestens sein muss, damit da auch ein Baumwachstum möglich ist, beziehungsweise ein Waldwachstum. Und das kommt auch stark auf den Grund der Waldgrenze an. Also merkt euch meinetwegen gerne diese 8 Wochen, aber als Minimum. Wenn es weniger ist, dann wird es mit dem Wald sehr, sehr, sehr schwierig. Und manchmal muss es auch deutlich mehr sein, also so 12 Wochen, damit das mit einer Waldentwicklung noch klappen kann. Aber 8 ist so einfach eine Zahl zu merken, damit man dann mal so einen ganz groben unteren Richtwert hat. So, weiter im Text. Hier ist eine Baumentwicklung nicht mehr möglich. Da kann es nur noch Pflanzen geben, die sehr, sehr robust und sehr, sehr anspruchslos an ihre Lebensbedingungen sind. Das sind zunächst mal noch ein paar alpine Gräser, ein paar alpine Kräuter. Die hören dann aber auch recht schnell auf und werden dann nur noch von ein paar Flechten ersetzt. Flechten sind streng genommen keine Pflanzen. Mit denen beschäftigen wir uns aber nochmal separat Flechten. So, das war also die Kältegrenze. Jetzt das Gegenteil davon wäre eine Hitzegrenze des Waldes. Auch diese gibt es theoretisch. Praktisch tritt sie aber nicht in Erscheinung, weil bereits vorm Erreichen eine Hitzegrenze für Wald schlicht und ergreifend zu heiß eine Trockenheitsgrenze erreicht wird. Für Wald zu trocken. Daher wäre das jetzt unser nächstes Beispiel. Das tritt logischerweise auf mitten in der Sahara. Überraschung, wer hat da schon mal einen Baum gesehen? Ja, einen Baum erstmal sowieso nicht. Und wenn überhaupt eine holzige Pflanze, dann ist es tatsächlich eine Palme. Und wo steht die? An der Oase am Wasserloch. Also wenn Wasser verfügbar ist, kann da sehr wohl was wachsen. Nur halt eben nicht, wenn das Wasser nicht verfügbar ist. Die magische Grenze, von der man spricht, wenn es um Wüsten geht, sind erstmal 300 Millimeter Jahresniederschlag. Also Millimeter Niederschlagsäule pro Quadratmeter. Ja, da gibt es so eine bestimmte Niederschlagsäule, in der man messen kann, wie viel Niederschlag habe ich denn da drin. Da guckt man sich die Höhe an. Das sind dann so und so viele Millimeter, weshalb der Meteorologe von Millimetern Niederschlagsäule spricht. Das entspricht Liter pro Quadratmeter. Ja, also ihr könnt euch aussuchen, ob ihr von Millimetern Niederschlagsäule oder von Litern pro Quadratmeter reden wollt, ist im Grunde Schnurz. Aber Deutschland hat bisher so um die 850, 800 bis 900, je nach Region, so in den durchschnittlichen deutschen Regionen haben wir diesen Niederschlag. So, bisher zumindest. In Zukunft, beziehungsweise wird das anders sein. Mindestens mal anders. Wie, das weiß keiner so genau. Das ist nur sehr, sehr schwer vorhersagbar. Insbesondere, wenn es um regionale Klimarechnungen geht, dann werden wir uns auch noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen müssen. Aber für Wald nötig sind die magischen 300 Millimeter Jahresniederschlag, damit es so einen richtigen, richtigen Wald gibt. Auch das ist eine fließende Grenze. Es gibt sehr, sehr angepasste Bäume, die auch bei 250 und sogar bei 200 Millimeter Jahresniederschlag noch wachsen können. Aber eine gewisse Menge an Wasser ist halt schließend ergreifend deswegen erforderlich, weil für die Photosynthese unerlässlich. Photosynthese wird auch noch mal ein einzelnes Thema sein. Aber im Grunde ist es ein Zusammenbau von Kohlenstoffdioxid aus der Luft mittels des Wassers aus dem Boden zu Zucker. Glucose C6H12O6. Nur damit wir das kurz gesagt haben. Das heißt, das besteht nur aus Hs, Os und Cs. Also alles Zeugs, was mit CO2 und H2O zusammenbaubar ist. So, und wenn man beides im gleichen Maße braucht, ist Sonne allein und CO2 in der Luft in ewig großen Mengen überhaupt kein Problem. Aber das Wasser ist dann der limitierende Faktor. Und daran kann es dann sehr, sehr schnell mal scheitern. Und zu jeder größeren Wüste des Planeten hin finden wir um die Wüste drumherum, zumindest sofern die natürliche Vegetation überhaupt anwesend ist, finden wir eine immer mehr Ausdünnung der Gehölzlandschaft zu einzelnen Bäumen. So was wie eine Savanne. Wer den König der Löwen als Kind gesehen hat, ungefähr meine Generation ist oder auch später geguckt hat, der wird Savannenbilder im Kopf haben, denke ich. Ansonsten kann man das selbstverständlich auch mal kurz eben googeln. Und diese ausgedehnte, hier mal ein Baum, da mal ein Baumlandschaft, ist bereits eigentlich die Grenze des Waldes. Hier haben wir jetzt nämlich mit einer Baumgrenzenlandschaft zu tun, einen richtigen Wald, physiologisch, ökologisch, ein Wald mit Waldinnenklima, bildet so eine Savannenlandschaft schon nicht mehr. Das heißt, da ist es bereits zu trocken. Ein einzelner Baum kann deswegen überleben, eben weil er alleine ist, weil er der größte weit und breit ist und alles bisschen Wasser, was bei ihm fällt, dann auch nur von ihm, von seinem riesigen Wurzelnetzwerk, aufgenommen werden kann, weil die Wurzeln eben tiefer reichen als die von Konkurrenzvegetation. Weshalb da außer solchen einzelnen Baumriesen gar nicht so viel Vegetation, ein paar trockene Gräser anzutreffen ist. Das wäre so ein typisches Beispiel, wo wir uns gerade so an der Grenze der Wasserverfügbarkeit befinden. Und ist das Wasser dann endgültig alle, dann sind wir tatsächlich in der Wüste. Unter 300 mm Jahresniederschlag spricht man von halbwüstenartigen Zuständen. Je nach Ökosystem ist das mal mehr, mal weniger deutlich. Unter 150 mm Jahresniederschlag sprechen wir dann von Wüste. Und spätestens bei diesen 150 ml ist ein normales Baumwachstum, zumindest nicht für einen geschlossenen Wald, das ist dann nicht mehr möglich. Ja, wie viel Wasser braucht denn überhaupt ein Baum am Tag, ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Fragestellung. Beispielsweise eine Eiche, die kann locker 500 Liter pro Tag raushauen. Das ist natürlich sehr schnell viel mehr, als der überhaupt der Jahresniederschlag pro Quadratmeter ist. Jetzt hat so eine Eiche aber eben nicht nur ein Quadratmeter zur Verfügung, sondern einige davon, kann teilweise aufs Grundwasser zurückgreifen und so weiter. Daher ist es schwierig, aus dem Jahresniederschlag auf das wirklich verfügbare Wasser für die Bäume zurückzuführen. Aber die magische Grenze von 150 Litern Jahresniederschlag pro Quadratmeter ist schon meistens so, dass da Baumwachstum sehr, 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 sehr schwierig werden dürfte. Wichtig ist jetzt hierbei aber auch die Verteilung des Jahresniederschlags in der Zeit, womit wir wieder bei der Vegetationsperiode wären. Wichtig ist jetzt, wie lang ist die Vegetationsperiode. Und das müssen wir jetzt im Rahmen unserer Waldgrenzen unbedingt auch nochmal ansprechen. Wir unterscheiden im Prinzip aus der botanischen Sicht zwei Zeiten im Jahr. Vegetationsperiode und Nicht-Vegetationsperiode. In der Vegetationsperiode können Pflanzen vernünftig wachsen. Außerhalb davon nicht. Das kann sein im Fall von Deutschland der Winter. Da ist Pflanzenwachstum nur sehr eingeschränkt für einige Spezialisten möglich. Die meisten kriegen das nicht auf die Reihe. Zumindest war es bisher so. Noch krasseres Beispiel. Trockenzeit in verschiedenen halbtrockenen Ökosystemen. Da haben wir eine ausgeprägte Trockenzeit. Da ist keine Vegetationsperiode. Und wir haben eine Regenzeit. Da ist Vegetationsperiode. In der einen Zeit Pflanzenwachstum möglich, in der anderen nicht. Diese Nicht-Vegetationsperiode muss überdauert werden. Und die muss, ähnlich wie bei diesen acht Wochen, die wir gerade bei der Kältegrenze des Waldes angesprochen haben, die Vegetationsperiode sollte mindestens acht Wochen betragen. Egal was dafür verantwortlich ist, dass es eine Vegetations- und eine Nicht-Vegetationsperiode gibt. Ob es Trockenheit ist, ob es Kälte ist. Also ein Winter oder eine Trockenzeit. Das spielt keine Rolle. Hauptsache die Zeit, wo die gute Bedingungen herrschen, ist lang genug. Das ist also ganz entscheidend für alles Waldwachstum. Und das haben wir jetzt eben auch bei der Trockengrenze des Waldes ganz, ganz ausgeprägt. Ist die Zeit mit ausreichend Niederschlag lang genug, alles in Ordnung. Ist sie es nicht, dann Pech gehabt. Genau, ich glaube, das ist ausreichend. Eine Temperaturgrenze des Waldes wäre übrigens bei circa durchschnittlichen 46 bis 47 Grad Celsius, spätestens als Durchschnittstemperatur, erreicht. Dann wird es so heiß, dass der Photosyntheseapparat geschädigt wird. Blätter nicht mehr funktionieren können. Die ganzen Energiestoffwechselvorgänge in Pflanzenzellen nicht mehr funktionieren können. Und dann hätten wir es dann tatsächlich mit einer absoluten Temperaturgrenze zu tun. Egal wie viel Wasser man da unten drunter gießt, unter dem Baum bei solchen Durchschnittstemperaturen würde er in jedem Fall zumindest als Baum dann auch eingehen. So, dann haben wir jetzt noch eine zu nass Grenze für den Wald. Da muss die Vegetationsperiode, sprich die nicht überflutete und nicht zu nasse Zeit des Jahres, die muss auch wieder mindestens die besagten magischen acht Wochen betragen. Und warum ist zu viel Wasser ein Problem? Naja, jeder, der mal seine Topfpflanze ersäuft hat oder eine Topfpflanze ersäuft hat, wird wissen, dass Pflanzen einem das übel nehmen, wenn man ihnen zu viel Wasser gibt. Und das ist auch bei Waldpflanzen der Fall. Wenn der gesamte Wurzelbereich, den ein Baum hat, und der geht ja bekanntermaßen tief runter und muss auch tief runter, das heißt Wasser steht relativ schnell an der Wurzel an, beziehungsweise die Wurzel steht relativ schnell im Grundwasser drin. Ist diese Grundwassersättigung des Botens durchgehend erhalten und der Baum steht ständig mit den Wurzeln im Wasser, dann kriegt er ein Problem, weil Wurzeln sind lebende Zellen, lebende Pflanzenzellen höherer Art und als solche brauchen sie Sauerstoff und müssen atmen. Jedes lebende Gewebe höherer Organismen atmet und Atmung setzt Luft, Sauerstoff tatsächlich voraus und da ein Baum keine Pumpe besitzt, um in seine unter Wasser stehende Wurzel jetzt Sauerstoff runter zu pumpen, das würde funktionieren mit dem Herz oder seiner Lunge oder irgendwie sowas in die Richtung, haben Bäume dummerweise nicht, scheitert es dann daran, dass er keinen Sauerstoff mehr in die Wurzel bekommt. Die Wurzel kann sich also nur außerhalb des im Wasser befindlichen Bereichs ausbreiten und wenn dieser Bereich zu klein ist, dann ist die Wuchs vorm Baum irgendwann nicht mehr möglich, schlicht und ergreifend, weil ein großer Baum eine große Wurzel braucht, um sich versorgen zu können und diese dann dauernd unter Wasser stehen würde und kaputt geht, weil sie erstickt. Das heißt auch hier wieder, unser Ökosystem muss mindestens eine Trockenzeit aufweisen. Hier ist die Trockenzeit die Vegetationszeit und die Nasszeit, die Regenzeit, ist nicht die Vegetationszeit. Umgekehrte Verhältnisse wie bei der Trockengrenze des Waldes oder wir haben es mit sehr, sehr speziell angepassten Pflanzen zu tun, die eine dauerhaft im Wassersituation überstehen, aber auch die brauchen ein Minimum an trockenem Boden, auf dem sie zumindest sich fortpflanzen können, sonst würden sie auch langfristig eingehen, weil kein Baum kann im Wasser keimen. Das muss immer kurzfristig mal weg sein, damit die Keimung erfolgen kann. Das gilt übrigens auch für spannenderweise dann unsere nächste Form von Waldgrenze, nämlich die zu viel eines einzelnen chemischen Giftes, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Alles ist Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Frei nach Paracelsus und das trifft auch hierzu. Ein ganz beliebtes Beispiel ist nämlich eben die Salzwassergrenze des Waldes. Kommt ein Wald zu nah ans, Salzwasser ist irgendwann vorbei, mit Salzwasser kann da nichts anfangen. Das gilt für die allermeisten Pflanzen. Natriumchlorid, also das Salz im Salzwasser, führt eben dazu, dass bestimmten Pflanzenteilen Wasser entzogen wird und da eingelagert wird, wo sich eben auch das Natriumchlorid befindet. Das heißt, ein kleines bisschen Natriumchlorid kann eine Pflanze aufnehmen, in der Zellsaft-Vakuole speichern. Die saugt dann sämtliches Wasser an sich. Solange noch genügend anderes Wasser da ist, ist das kein Problem. Kommt aber immer neues Natriumchlorid dazu und es wird immer mehr und immer mehr und irgendwann ist die Vakuole voll und es kann nirgendwo mehr gelagert werden. Wird auch den anderen Pflanzenteilen das Wasser entzogen. Ein normaler Stoffwechselprozess kann nicht mehr stattfinden. Die Pflanze vertrocknet schlicht und ergreifend, weil sie eben zu viel Wasser ziehendes Salz eingelagert hat. Einzelne Spezialisten kommen damit länger zurecht als andere. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man packt das Salz irgendwo wirklich in die Pflanzenmasse rein und wird dann einfach nicht so alt. Kann so lange leben, bis man zu viel Salz aufgenommen und gespeichert hat. Aber so lange lebt man. Und das reicht, wenn das alle anderen nicht können. Beispiel, sämtliche Salzwiesen, Pflänzchen, die wir zum Beispiel an der Nord- oder Ostseeküste finden können. Vorzugsweise Nordseeküste. Die Nordsee hat noch ein bisschen mehr Salz als die Ostsee. Es gibt aber auch Spezialisten, die tatsächlich noch als Baum trotz Salzwasser wachsen können. Und da haben wir jetzt auch eine ganz spannende Waldgrenze. Sozusagen nämlich da, wo auch die Spezialisten nicht mehr klarkommen. Besagte Spezialisten heißen Mangroven, sicherlich schon mal gehört, stehen im Salzwasser. Im Prinzip das, was unser Wattenmeer wäre, wäre ein Mangrovenwald, wenn wir dann am Äquator wären und nicht so weit hier oben. Denn Mangroven sind in der Lage über Drüsen tatsächlich mit Energieverbrauch Salz wieder auszuscheiden. Sie nehmen es erstmal auf, wenn sie Wasser aufnehmen. Das müssen sie ja bekanntermaßen für Photosynthesezwecke. Und das dabei auch gleichzeitig aufgenommene Salz wird wirklich aktiv unter ordentlichem Energieverbrauch wieder nach außen gedrückt, aus der Pflanze raus befördert. Und sie hat innen drin nur noch reines Wasser, mit dem sie dann auch vernünftig wachsen und vernünftigen Stoffwechsel betreiben kann. Leider ist dieses Salz nach außen pressen derart energieaufwendig, dass das nur da funktionieren kann, wo Energie in großen Mengen verfügbar ist. Und wo ist das? Am Äquator mit ohne Winter durchgehend 365 Tage im Jahr Vegetationsperiode. Das heißt, eine vegetationsfeindliche Zeit tritt überhaupt nicht auf. Die sonst herrschenden Wachstumsbedingungen sind optimal. 20 Grad, jeden Tag Regen, alles super. Beste Wachstumsbedingungen für Pflanzen. Dann sind Pflanzen in der Lage, solche Spezialfähigkeiten wie das Ausfiltern von Salz anzuwenden, aber auch nur, wenn alles andere optimal ist. Ist es ein bisschen weniger als optimal, kann eine Mangrove schon nicht mehr leben, weil sie dann mit der Salzfilterung nicht mehr hinterherkommt, weil ihr die Energie schlicht und ergreifend fehlt. Sobald es auch nur fünf Tage im Jahr gibt, in denen die nicht vernünftig wachsen kann, ist vorbei. Also den Ansatz von Winter und Schluss. Deswegen funktioniert es auch nicht bei uns im Wattenwehr, weil wir haben den Ansatz von Winter. Genau. Also das wäre jetzt ein Beispiel für eben eine Waldgrenze, die durch dem Übervorhandensein eines bestimmten chemischen Elements oder einer chemischen Verbindung vorliegt. Ein anderes Beispiel wäre ein zu eisenhaltiger Boden. Das kommt ganz selten auf dem Planeten mal vor, dass wir ganz furchtbar rote Böden haben, die außerordentlich hohe Eisenanteile haben. Und wenn sich das noch weiter konkretisiert, ist irgendwann der Eisenanteil so hoch, dass ein Baum auch mit seiner Wurzel kaum noch andere Stoffe aus dem Boden ziehen kann, außer Eisen. Eisen ist per se erstmal nichts Schlechtes, braucht eine Pflanze auch ein Stück weit. Aber wenn gar nichts anderes mehr da ist, weil das Eisen alles überlagert, dann kommt es zu einem Nährstoffmangel. Und auch da haben wir dann wieder eine Grenze für das Baumwachstum, weil große Pflanze braucht relativ viele Nährstoffe, die in diesem Boden nicht aufnehmbar sind. Und dann ist auch ein Wachstum eines Waldes tatsächlich nicht mehr möglich. Oder eine Überanlagerung von giftigen Stoffen, beispielsweise Aluminium in zum Beispiel Abraumhalden von ehemaligen Bergbaulandschaften. Da findet man dann auf dem Schutthaufen neben der ehemaligen Mine hin und wieder sehr, sehr lichte, gebüschartige Strukturen, die nach oben hin, je weiter hoch man auf diesen Haufen, dieser Abraumhalde hochkommt, immer weniger werden. Und es wirkt, als wäre das ein Berg, der eine Höhengrenze des Waldes hätte. Tatsächlich wird es aber nach oben auf dem Hügel immer schlimmer. Und der Kontakt zum nicht kontaminierten, nicht durch Abraum vom Bergbetrieb entstandene, vergiftete Boden, in Anführungszeichen, ist nur noch der, der vorhanden ist. Der Kontakt zum normalen, natürlich gewachsenen Boden geht für sämtliche Wurzeln verloren. Und spätestens dann ist auch kein Baumwachstum mehr möglich. Nur noch sehr, sehr spezialisierte Pflanzen, die recht weitgehend unabhängig von ihrem Untergrund sind, kommen damit noch zurecht. So, ja, theoretisch gibt es der Vollständigkeit halber noch eine Windgrenze des Waldes, wenn ständig weht und pustet und ein Baum, die Wuchsform Baum einfach keinen Sinn ergibt, weil sobald du zwei, drei Meter und höher wirst, würdest du schon weggeweht werden, weil da ständig so wahnsinnig starke Winde herrschen. Ganz seltene Beispiele, wo eine solche Waldgrenze vorherrscht. Mein Vegetationsökologie-Professor ging davon aus, das sei auf dem Grand Ballon in den Vogesen der Fall. Ich habe es mir angesehen und ich stimme ihm voll und ganz zu. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich seiner Meinung, dass es da wirklich derart windig zugeht, dass wir witzigerweise auf der Seite, wo der Wind kommt, keine Bäume haben. Und sobald wir über den Kamm drüber sind und eine windstille Ecke oder windgeschütztere Ecke entsteht, gibt es wieder Bäume. Also sehr, sehr verdächtig. Und das hat auch, glaube ich, nicht zwingend nur was mit der Beweidung, die ebenfalls am Grand Ballon stattfindet, zu tun. So, das war jetzt also noch so ein exotischeres Beispiel für speziellere Waldgrenzen. Aber im Großen und Ganzen haben wir die häufigsten Phänomäne, die den Wald beschränken, angesprochen. Befinden wir uns also im Durchschnitt, heißt in einer Landschaft, die einigermaßen feucht ist, das einigermaßen warm ist. Weder zu warm noch zu kalt. Es sind keine deutlichen Anlagerungen von Zeugs im Bogen, das da nicht reingehört, beziehungsweise das Verpflanschen dann halt irgendwann ein Problem wird. Und, das habe ich vergessen zu erwähnen, auch ein Mangel an Nährstoffen im Boden kann natürlich dafür sorgen, dass ein Waldwachstum nicht mehr möglich ist. Das ist dann der Fall, wenn wir es mit sehr, sehr jungen Böden zu tun haben, die gerade erst entstanden sind, sprich frische Lava, gerade erst erkaltet, da hat sich noch kein Boden gebildet. Oder alternativ eine Fläche, die bis vor kurzem noch vom ewigen Eis bedeckt gewesen ist, das nicht mehr ganz so ewig ist. Das Eis ist zurückgegangen, ein bisschen Felskern zum Vorschein. Auch auf diesem gerade frisch freigelegten Fels, nach Jahrhunderttausenden zum ersten Mal freigelegten Fels, da ist auch erstmal kein Waldwachstum zu erwarten. Das ist eine Frage der Zeit. Irgendwann entwickelt sich da ein Boden, wo der Wald wieder wachsen kann. Und das solltet ihr bitte noch als Quintessenz des Ganzen mitgenommen haben. Grenzen des Waldes sind dynamisch, die verändern sich auch. Die verändern sich am Berg nach oben, die verändern sich bei der Wüste nach außen. Wüsten breiten sich aus. Am Berg darf man dafür weiter hoch als Baum. Das ist schon immer ein dynamischer Prozess gewesen, wird auch immer ein dynamischer Prozess sein. Ganz so unbeweglich, wie man es Weltanunterstellen möchte, sind die nämlich nicht. Es kommt lediglich auf den Zeithorizont drauf an. So, und warum stehe ich jetzt vor dieser Aussicht? Ja, schlicht und ergreifend, damit man sehen kann, dass eben die ganzen Grenzen des Waldes, die wir hier sehen können, meine Wiese, die Wiesen dahinten, der umgebende Wald, ist alles menschgemacht. Also im Regelfall wäre das Potenzial für Waldwachstum viel, viel, viel höher, als wir Menschen dem Wald überhaupt die Möglichkeit lassen, die ihm eigentlich ein Stück weit zustehende, ich würde sagen sehr zustehende, aber da kann man nun mal nichts dran ändern, Landschaft völlig zu besiedeln. Also wir sind schuld, dass der Waldanteil insbesondere zum Beispiel Deutschland nicht bei etwa 80, 85 Prozent liegt, sondern eben nur bei jetzt noch etwa 30, beziehungsweise immer noch 32, irgendwas, wenn man die deutsche Definition von Wald zugrunde legt. Aber dafür muss dann Teil 1 nochmal gucken, gegebenenfalls. So, ich habe mir als persönliches Limit gesteckt, diese Videos niemals länger als eine halbe Stunde zu machen, das heißt, da bin ich noch drin, von meinem ursprünglichen Plan so 20 Minuten. Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja auch mal irgendwann. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder was immer bei euch gerade ist, bis zum nächsten Mal und hoffe, da war ein bisschen was Interessantes dabei. Nächstes Mal muss ich mal überlegen, entweder Moos oder Bodenkunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.